Ich glaube und bin davon überzeugt, dass das Techniken sind, die man lernen kann, die aber nicht irgendwie vom Himmel fallen. Also man sollte die, glaube ich, sich wirklich als Techniken aneignen. Und dazu möchte ich ein paar Tipps geben, die vielleicht hilfreich sind. Ich bin Professor hier in der Politikwissenschaft am Fachbereich für Gesellschaftswissenschaften und forsche inhaltlich über Bildungspolitik und Sozialpolitik, also über Wohlfahrtsstaaten, vor allem Wohlfahrtsstaaten in der Wissensgesellschaft. Als Schreibender ist mir, glaube ich, aufgefallen über Zeit, dass manche Leute extrem gut schreiben und extrem effizient schreiben, also dass die Texte sich wunderbar lesen, sehr systematisch sind und gleichzeitig die Leute in der Regel auch sehr schnell schreiben. Also ich weiß zum Beispiel noch, dass ich mit Kollegen gesprochen habe, relativ früh am Anfang der Dissertation, die mir dann gesagt haben, sie schreiben zehn, fünfzehn Seiten am Tag. Wo ich am Anfang dachte als Doktorand, wie soll das möglich sein? Ich bin froh, wenn ich irgendwie ein, zwei Abschnitte schreibe. Mittlerweile geht mir das auch so, dass ich, wenn ich anfange zu schreiben, sehr, sehr schnell schreibe, oft zehn Seiten, fünfzehn Seiten am Tag schreibe, sodass auch so ein Paper relativ schnell entsteht. Und das war, glaube ich, so eine Erfahrung, wo ich dachte, okay, wie ist das möglich? Das will ich auch irgendwie lernen, das will ich auch können. Und da habe ich, glaube ich, einfach sehr viel herumgefragt. Gefragt, ja, wie schreibt ihr? Wie geht ihr vor? Wie lest ihr Texte? Was lest ihr überhaupt für Texte? Und habe so von verschiedenen Seiten mir einfach Tipps und Tricks zusammengesammelt und versucht, so mein eigenes Modell zu finden. Und das wäre vielleicht auch was ganz Wichtiges. Ich glaube nicht, dass es das eine perfekte Schreibmodell gibt. Also ich schreibe immer relativ spät, fange sehr spät an zu schreiben und schreibe dann sehr schnell sehr viel. Und andere Kolleginnen von mir schreiben, sobald sie eine erste Idee haben, schreiben die los und ändern den Text dann kurz später und ändern den nochmal, ändern den nochmal, ändern den nochmal. Und ich glaube, nicht, dass das eine irgendwie besser ist als das andere. Beides kann total gut funktionieren. Ich glaube, man muss da auch so den eigenen Stil finden, was besser für einen selbst funktioniert. Ich kann vielleicht meinen vorstellen, vielleicht klappt das für manche und für manche nicht, aber es ist vielleicht eine Möglichkeit. Mein Tipp wäre, bei Leuten, die sehr, sehr gut schreiben, ist oft die wichtigste Information in den ersten Sätzen von jedem Abschnitt, also von jedem Paragrafen. Bei guten Leuten können sie in der Regel die ersten Sätze von jedem Paragrafen lesen und damit erstmal durch den Text kommen. Dann haben sie schon sehr, sehr guten Überblick, was der Text sagt. Und danach können sie dann die Details lesen. Danach können sie in die Statistiken oder was auch immer gucken. Und dann können sie sehr viel schneller Zugang finden zu einem Text. Und das wäre der Lesen-Teil. Ich glaube, wenn sie einmal verstanden haben, dass Texte so aufgebaut sind, können sie anfangen, so zu schreiben. Also sich Paragrafen so aufbauen, dass die immer ein Thema haben, immer einen Übersatz haben, der dann im restlichen Abschnitt begründet wird. Und vielleicht abschließend dazu, wenn ich Texte schreibe und ich schreibe, deswegen schreibe ich auch so schnell, habe ich nicht den ganzen Text im Kopf. Ich habe diese Topic Sentences im Kopf. Also ich merke mir vielleicht zehn oder 15 Sätze. Und das sind immer die ersten Sätze von meinen Paragrafen. Und der restliche Abschnitt ist einfach nur eine Erklärung dafür. Ich möchte Ihnen das mal an einem Beispiel zeigen. Sie sehen hier einen Text von Ben Ansel von der Oxford University. Und sagen wir, Sie müssten ihn lesen in einem Seminar. Jetzt schauen Sie oben und sehen, das sind irgendwie 43 Seiten, relativ dichtgeschriebene englische Literatur. Und vielleicht scrollen Sie durch den Text und sehen dann, hier geht es irgendwie los mit komplizierten Statistiken. Hier sind irgendwie irgendwelche Signifikanzniveaus. Und noch schlimmer, danach kommen irgendwie mathematische Gleichungen. Sie denken vielleicht, was habe ich damit zu tun? Ich studiere, was auch immer, Politik, Wissenschaft, Soziologie, Ethnologie. Und vielleicht werden Sie dann frustriert und überlegen, wie Sie durchkommen sollen durch so einen Text. Und mein Tipp wäre, dass Sie sich eben immer die ersten Sätze angucken. Wir können das hier an dem Text immer machen. Es ist auf Englisch, aber ich denke, es wird relativ klar. Der erste Satz sagt, Higher Education has been subject to more institutional reform in the past few decades than any other part of the education establishment in advanced industrial states. Also Hochschulbildung wurde mehr reformiert als Bereich, als alle anderen Bereiche. Wir springen jetzt einfach mal zum nächsten Abschnitt. Und da steht, Political scientists have paid relatively little attention to these questions. Also obwohl Hochschulbildung so ein ganz wichtiger Bereich ist, guckt sich die Politikwissenschaft sich das nicht an. Wir springen mal zum nächsten. Da sagt er eben, this article develops the argument that ... und dann geht es weiter. Also er stellt quasi sein eigenes Argument vor, was man sich dann im Detail angucken kann. Ich würde also argumentieren, wenn man sich nur diese drei Sätze durchliest, hat man schon sehr, sehr viel verstanden, ist eigentlich schon sehr, sehr weit und weiß, okay, das und das macht der Artikel. Auch als Warnung, Sie sollten natürlich nicht nur diese Obersätze lesen, Sie sollten danach die Details lesen. Und auch als Warnung, das funktioniert natürlich viel besser für moderne Texte, als wenn Sie jetzt irgendwie Sokrates, Platon, Aristoteles, Thomas von Aquin, Hannah Arendt lesen. Die haben einfach einen anderen Schreibstil. Schreiben teilweise ganz wunderbar, aber schreiben nicht mit diesen Topic Sentences. Wir haben in der Politikwissenschaft, vor allem in der modernen empirischen Politikwissenschaft, ein relativ standardisiertes Verfahren. Es kommt oft zuerst eine Einleitung, dann kommt ein Literaturteil, dann kommt ein Theorie-Teil inklusive Hypothesen, dann kommt ein Forschungsdesign-Teil, dann kommt eine Empirie und dann kommt eine Konklusion. Und in jedem dieser Teile gibt es sozusagen eine eigene Struktur wieder. Also wenn Sie Literatur sortieren, würde ich immer versuchen, die in größere Lager zu sortieren. Also nicht zu denken, ja, ich habe Text A gelesen und Text B gelesen und Text C zu lesen und die einzeln vorzustellen, sondern zu gucken, welche Subliteraturen habe ich gelesen. Vielleicht ist die eine über Wahlverhalten, die nächste über Parteienwettbewerb, die dritte über politische Sozialisation. Dann würde ich versuchen, jeweils einen Topic Sentence für die zu finden. Also zum Beispiel, die Wahlforschung beschäftigt sich einerseits mit Wahl, was ist Nichtwahl und andererseits damit, für welche Parteien die Menschen stimmen. Die politische Sozialisationsforschung beschäftigt sich mit dem und dem. Und drittens so und so, so und so. Aber dafür muss man natürlich erst lesen und dafür wieder die Tipps, wie lese ich eigentlich schnell. Aber deswegen, das Konzept ist, glaube ich, essentiell und seien Sie da nicht so ambitioniert. Also natürlich fällt mir das leichter, jetzt nach 10, 15 Jahren in der Wissenschaft, als jemand, der irgendwie die erste Hausarbeit schreibt. Also versuchen Sie nicht, die perfekten Topic Sentences zu finden. Das ist wirklich schwierig. Aber versuchen Sie, mit Topic Sentences zu denken. Vielleicht können Sie einfach schon Ihre ersten Ideen, die Sie haben, schon so ein bisschen sortieren, dass die schon so erstmal Richtung Topic Sentences geht. Der erste Schritt wäre, dass Sie eigentlich anfangen damit zu sagen, jeder weiß das und das. Der zweite Schritt ist, dass die dann sagen, Spezialistinnen wissen dies und das. Und der dritte Abschnitt ist, ich weiß das und das. Also es wird sozusagen immer enger. Ich gebe mal ein Beispiel. Ein Text von mir sagt, wir können uns nicht ein politisches System vorstellen ohne politische Opposition. Egal ob wir nach Deutschland gucken, nach Russland, nach China oder in die USA. Es gibt immer zumindest irgendeine Art von politischer Opposition. Wenn wir die Tagesschau abends angucken, sind wir gewohnt, dass wenn die Regierung was gesagt hat, die Opposition auch was sagen darf. Das wäre also sozusagen der erste Block. Der zweite wäre dann, die Politikwissenschaft guckt sich trotzdem Opposition nicht an. Seit Jahrzehnten gucken wir auf Regierung und nie auf Opposition. Das Phänomen ist ein bisschen bekannt. Also jetzt sind wir quasi in dem zweiten Block. Spezialistinnen wissen das so und so. Aber es wird kaum erforscht. Und der dritte Claim wäre dann, ich argumentiere, Oppositionen erfüllen zwei Funktionen und haben Institutionen, die ihnen dabei helfen. Da wird es dann ein bisschen spezieller, aber einfach um mal zu zeigen, wie so ein Trichter aussehen kann. Und ich glaube, gute Texte haben oft so einen Trichter, weil sie sozusagen auf den Text hinführen. Und die Konklusion am Ende der Abschluss kann natürlich den Trichter wieder aufmachen und sagen, ich habe so ein kleines Phänomen untersucht, aber das ist eigentlich viel größer. Eine sehr gute Frage. Also ich habe als Tipp früh bekommen, nur, wenn man jetzt zum Beispiel an Dissertationen denkt, nur eine fertige Dissertation ist eine gute Dissertation. Also es ist, glaube ich, wirklich so, dass man irgendwas abliefern muss, irgendwas haben muss. Persönlich schreibe ich immer sehr, sehr spät. Also wenn ich zum Beispiel einen Monat Zeit habe oder mir einen Monat genommen habe, um an einem bestimmten Papier zu arbeiten, würde ich wahrscheinlich drei Wochen und noch ein bisschen mehr forschen. Also quasi Statistik machen, Literatur lesen, Fallstudien machen, je nachdem, was ich brauche. Und dann relativ spät schreiben. Aber das ist sozusagen mein Vorgehen, weil ich genau weiß, wie lange ich brauche beim Schreiben. Also wenn ich weiß, ich muss so und so viel schreiben, dann weiß ich, okay, mir reicht ein Tag oder mir reichen anderthalb Tage. Aber so einen Stil muss man halt erst finden. Also wenn Sie da noch nicht ganz sicher sind, fangen Sie lieber früher an, dass Sie nicht am Ende mit heißer Nadel sozusagen nähen müssen. Für mich funktioniert das sehr gut. Ich schreibe sehr gut mit heißer Nadel, aber müssen Sie selber ausprobieren, ob das eine gute Idee ist. Ich glaube, mein großer Tipp wäre, nie anfangen zu schreiben, wenn man nicht weiß, was man sagen will. Also ich bin persönlich überzeugt und ich will damit niemanden irgendwie auf die Füße treten, aber ich bin persönlich überzeugt, eine Schreibblockade kommt oft dadurch, dass man nicht weiß, was man sagen will. Wenn ich genau weiß, was ich ausdrücken will, muss ich ja nur irgendwie die richtigen Worte finden. Und der Teil ist glaube ich leichter. Also mein Tipp wäre eigentlich, machen Sie sich ein sehr, sehr gutes Konzept, was Sie eigentlich sagen wollen. Machen Sie sich diese Claims. Wenn Sie eine Hausarbeit schreiben von vielleicht 10, 12, 15 Seiten, sind das gar nicht so schrecklich viele. Sie haben vorne eine Einleitung, hinten Schluss. Also bleiben eigentlich nur noch so 8 Seiten übrig für den Mittelteil. Wenn Sie vielleicht pro Seite zwei bis drei Abschnitte haben, sind es vielleicht 16 Claims, die Sie brauchen. Also Sie brauchen 16 Sätze, dann haben Sie Ihr Paper. Man muss nur quasi diese 16 Sätze finden und der Rest folgt, wäre mein Argument. Und natürlich kann man immer wieder ins Stocken kommen. Deswegen wäre glaube ich ein anderer Tipp, einfach früh anfangen zu schreiben. Schreiben Sie nicht auf die letzten zwei Stunden vor der Deadline, sondern fangen Sie früher an. Mit Konzept. Und wenn es nicht läuft, machen Sie einfach Pausen, machen Sie was anderes. Gehen Sie joggen, machen Sie Sport, machen Sie Musik. Gehen Sie mit Freunden aus, was auch immer hilft. Dass einfach so die Kreativität wiederkommt. Also Sie haben Sie mit Freunden aus, was das Leukkah mit Freunden ausgerichtet hat und eingeladen. Ich glaube, irgendwo ist das Leukkah mit Freunden aus, was das Leukkah mit Freunden aus. Das Leukkah mit Freunden aus, was das Leukkah mit Freunden sind. Vielen Dank.